Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr als Exodus Nutzer eure Wallet ändert. Für mich persönlich war das gestern ein kleines Problem, da ich mir gestern meine Bitcoin Gold besorgt habe. Dazu brauchte ich meine Recovery Phrase, die musste ich in eine andere neue Wallet eingeben und im Anschluss daran will man natürlich seine alte Wallet bei Exodus nicht wieder benutzen. Nichtsdestotrotz wollte ich natürlich Exodus Nutzer bleiben, allerdings dann mit einer anderen Wallet. Ich habe mir dann gestern gedacht, alles was ich tun muss ist Exodus von meiner Festplatte zu löschen, um es hinterher neu zu installieren. Das habe ich dann gemacht, habe Exodus dann auch gestartet, aber mir wurde wieder meine alte Wallet angezeigt und genau die wollte ich ja nicht mehr nutzen. Ich habe dann wenig rumgesucht im Internet, bin dann auf der offiziellen Seite von Exodus auch fündig geworden, da gab es ein kleines Tutorial, wie man vorgehen muss, um sich eine neue Wallet bei Exodus anzulegen, wenn man zuvor auch schon Exodus Nutzer war. Und zwar ist da die Vorgehensweise folgendermaßen, zunächst mal deinstalliert ihr tatsächlich das Exodus Programm von eurer Festplatte, nach dem gewohnten Schema. Anschließend, und das war der Punkt, der bei mir gefehlt hatte, muss noch ein versteckter Ordner gelöscht werden. In diesem versteckten Ordner befinden sich Daten zu eurer Wallet, für den Fall, dass ein Nutzer mal versehentlich sein Exodus Programm löscht. Und Exodus möchte vorbeugen, dass durch eine versehentliche Deinstallation direkt das Wallet wieder hergestellt werden muss. Wir müssen dagegen so vorgehen, dass nachdem wir das Programm deinstalliert haben, wir auf folgenden Pfad gehen. Erstmal gehen wir unter der Festplatte, die wir nutzen. Wichtig ist an dieser Stelle, dass wir uns die versteckten Ordner anzeigen lassen. Standardmäßig unter Windows ist das nicht so eingestellt, da sind die versteckten Ordner auch tatsächlich versteckt. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze unter Windows 7 klappt. Da geht ihr hier oben auf Organisieren, Ordner und Suchoptionen, wechselt zu dem mittleren Reiter, der nennt sich Ansicht, und in der Liste, die hier auftaut, scrollt ihr ein wenig nach unten. Und hier ist der Punkt versteckte Dateien und Ordner. Standardmäßig wird da der obere Punkt angegeben sein, ausgegebene Dateien, Ordner oder Laufwerke nicht anzeigen. Das wollen wir aber gerade, und deshalb wählt ihr hier den unteren Punkt auf, geht auf Übernehmen und bestätigt das einmal. Wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr wahrscheinlich direkt auch schon versteckte Ordner. Das sind zum Beispiel diese beiden Ordner, die werden so halb durchsichtig angezeigt. Und von hier aus geht ihr auf den Pfad Benutzer. Dann wählt ihr euren Nutzernamen aus. Mein Nutzername hier ist jetzt einfach Computer. Da gehe ich drunter. Dann der versteckte Ordner AppData. Dann unter Roaming. Und hier findet ihr den Exodus-Ordner. Den müsst ihr schlicht und ergreifend löschen. Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr Exodus neu installieren. Und wenn ihr Exodus dann startet, werden da auch gar keine Daten eurer alten Wallet mehr enthalten sein, sondern ihr könnt direkt eine neue Wallet aufsetzen. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ihr dazu wissen müsst und machen müsst. Eine Frage möchte ich noch klären. Die tauchte gestern in den Kommentaren auf. Und zwar ist es auch möglich, sich unter Exodus mehrere Wallets anzulegen. Also unter einem PC beim Exodus-Programm einfach mehrere Wallets zu haben, auf die man zugreifen kann. Tatsächlich ist das möglich. Da war ich selbst überrascht, als ich das gegoogelt hatte. Hier ist die Exodus-Seite dazu. Allerdings ist das nicht durch das Exodus-Programm selber möglich, sondern nur durch einen kleinen Umweg. Der Umweg besteht darin, dass man sich unter seinem Betriebssystem mehrere Anwenderkonten erstellt. Und unter den verschiedenen Nutzerkonten ist dann auch jeweils Exodus zu installieren. Und wenn man dann mit zwei unterschiedlichen Nutzerkonten auf Exodus zugreift, kann man damit auch dann zwei unterschiedliche Wallets nutzen. Ich hoffe, dieses Video war für den einen oder anderen hilfreich. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls es noch nicht geschehen, könnt ihr gerne auch meinen Kanal abonnieren. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zusehen